Ja, schön, dass ihr heute in den Stream gekommen seid, um mit mir über Skaleniveaus zu sprechen. Viele kennen vielleicht den Begriff gar nicht, obwohl sie eventuell schon indirekt Berührungen damit hatten. Wer immer mal von euch einen Fragebogen gemacht hat oder eine Umfrage, der hat ja Daten erhoben. Also man erhebt ja hier und da mal Daten, beruflich oder vielleicht auch im Privaten oder im Verein oder so. Und sobald man Daten erhebt, spielen Skaleniveaus eine Rolle. Also die Daten, die werden auf einer Skala erhoben. Und eine Skala bedeutet, ja, wie soll ich sagen, intuitiv, dass die Merkmale, die die Daten haben, Kategorien zugeordnet werden. Man teilt das in Kategorien ein. Also nur mal ein Beispiel zu nennen. Ich schreibe vielleicht erst mal in Skaleniveaus. Darum geht es heute. Also wenn ihr zum Beispiel einen Fragebogen macht und jemand muss sein Geschlecht angeben. Männlich, weiblich, divers zum Beispiel. Ja, das ist ja üblicherweise heute bei Fragebogen so eine Kategorie. Okay, dann ist das eine Skala mit drei Kategorien. Männlich, weiblich, divers. Oder wenn ihr das Alter erhebt einer Person. Oder das Bundesland, in dem eine Person lebt. Oder die Anzahl der Follower. Ja, hey, sie sind 91 von einer Skala von 1 bis 10. Wie männlich bin ich? Naja, klar, okay. Das ist auch denkbar, auch eine Skala. Also ich stelle eine Frage. Wie männlich fühlst du dich? Und dann musst du halt von 1, wenig männlich oder gar nicht männlich, bis 10, voll männlich ankreuzen. Okay, ja gut. Das wäre auch eine Skala natürlich. Eine andere Skala, als wenn ich einfach nur ankreuzen würde. Weiblich, männlich und divers. Man kann mir sich vorstellen, dass das vielleicht gar nicht Eigenschaften auf derselben Skala sind, sondern man hat sozusagen eine Männlichkeitsskala, eine Weiblichkeitsskala und die kann sich überdecken oder so. Kann vielleicht so und so viel Prozent männlich sein und so und so viel Prozent weiblich oder so. Naja, okay, keine Ahnung. Darum geht es jetzt gar nicht. Sondern das sind halt alles Datenerhebungsprozesse, Messprozesse. Da wird gemessen. Und die Merkmale der Daten, die sind dann sozusagen innerhalb einer Skala, lassen sich die verorten. Es gibt unterschiedliche Typen von Skalen. Und die Skala entscheidet, oder der Typ von Skala entscheidet, welche Auswertungsmethoden man verwenden kann. Und da werden viele Fehler gemacht. Und das ist gerade wichtig beispielsweise für Bachelor- oder Masterarbeiten, in dem Studis vielleicht zum ersten Mal selbst eine Befragung durchführen, einen Fragebogen entwickeln und den dann vielleicht auch auswerten. Da werden öfter mal Fehler gemacht, weil einem nicht so ganz klar ist, welches Skalenniveau haben eigentlich die Daten. So, ich erzähle euch jetzt erstmal, welche Skalenniveaus es gibt. Und dann gucken wir uns hier mal genauer an. Und da gibt es das ein oder andere Verblüffende. Also bleibt dran. Ich bin mir sicher, da gibt es schon einiges nachzudenken dann. Okay. So, das unterste Niveau, das unterste Skalenniveau, das allgemeinste Skalenniveau, das ist die sogenannte, und, so, das ist die Nominalskala. Nominalskala, Nominalskala besagt einfach, die Daten werden Kategorien zugeordnet. Gut. Fertig. Also, da haben wir zum Beispiel so etwas wie das Geschlecht. Ich schreibe mal hier hin, es gibt Kategorien. Und Beispiel ist das Geschlecht. Männlich, weiblich, divers zum Beispiel. Oder der Geburtsort. Der Geburtsort, da kann man sich vorstellen, ist eine Skala. Da sind halt alle Orte drin, die es so gibt in, ich sage jetzt mal, Deutschland. Und ja, dann ordne ich meinen Geburtsort. Wenn ich den Geburtsort erhebe, dann ist das halt eine dieser Kategorien, die in der Nominalskala vorkommen. Flotschi Kelly sagt schon häufiger Fehler, die ich gesehen habe, wenn mit Temperaturen in Celsius vervielfacht wird. Genau, oder Admiral Wurst oder Durchschnittsberechnung auf Ordinalskalen. Genau, darauf läuft es heute hinaus. Genau diese Dinge werden wir jetzt diskutieren. Ja, Nominalskala, Kategorien, zum Beispiel Geschlecht oder was haben wir gesagt, Geburtsort oder auch, was fällt euch noch ein? Eigentlich ist jede Skala eine Nominalskala. Wir werden auch gleich feststellen, dass die sozusagen immer spezieller werden. Das Alter, alles ist eine Nominalskala. Alter auch im Grunde. Alter ist sogar noch eine speziellere Skala. Das schauen wir uns gleich an. Vielleicht belassen wir es erst mal bei Geschlecht oder Geburtsort. Dann seht ihr nämlich jetzt gleich, worauf es ankommt. Das nächste Skalenniveau ist die Ordinalskala. Da gibt es Kategorien, wie bei der Nominalskala, mit einer zusätzlichen Eigenschaft, nämlich die Kategorien können geordnet werden, in eine Rangordnung gebracht werden. Genau, Admiral Wurst, sehr gut. Das ist genau der Begriff. Da haben wir jetzt zusätzlich zu den Kategorien noch die Rangordnung. Bundesliga-Tabelle. Oh, sehr gut. Schönes Beispiel. Bundesliga. Ich schreibe mal Bundesliga hier hin. Also, welcher Verein ist gerade auf Platz 1, welcher auf Platz 2, welcher auf Platz 3? Man könnte die Vereine sozusagen in eine Reihenfolge bringen. Genau, Zeugnisnoten zum Beispiel. Sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend. Ja, das sind Begriffe, die man in einer Rangordnung bringen kann. B4D, BHBR oder B4D, ich weiß nicht, ob man die deutsche Eigenschaft spricht. Ja, du kommst leider zu spät für die Gurke. No problem. Wir haben es aufgezeichnet. Wird dann auf YouTube zur Verfügung stehen. Packen wir auf YouTube drauf. Genau, also kann man eine Rangordnung bringen. Genau, was wurde gerade gesagt, Schulnoten. Sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend und so weiter. Der Schulabschluss vielleicht, wenn man Personen befragt. Ich habe jetzt mal Schulnoten hin. Und der Schulabschluss oder der Bildungsabschluss. Bildungsabschluss ist vielleicht der bessere Begriff. Bildungsabschluss, also Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Und so kann man auch in eine Rangordnung bringen. Wenn man Leute befragt, was ist euer höchster Bildungsabschluss, den ihr in eurem Leben erreicht habt, dann kreuzen sie das an. Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Gymnasialabschluss, Abitur halt oder keine Ahnung, Studium. Und genau, das führt dann dazu, dass man diese Werte in eine Rangordnung bringen kann. Ja, genau. HACE 91 hat noch was Gutes gesagt. Rangordnung, vielleicht auch sowas wie Offizier, Soldat, Oberfeldwebel, genau. Also, das sind ja auch Rangordnungen heißen die oder Ränge. Wie heißt das offiziell? Oder bei der Polizei gibt es sowas ja auch, Kommissar, Oberkommissar, keine Ahnung, wie die Begriff heißen. Dienstgrad, ah, super, danke. Danach habe ich gesucht. Dienstgrad. Das haben wir schöne viele Beispiele für. Ordinalskalen. Ja, die nächste Skala, die nächste, also vielleicht noch, letzten Endes sind das alles auch Nominalskalen vom Grundprinzip her, weil ja alles Kategorien sind, mit der zusätzlichen Eigenschaft, dass die Kategorien in eine Rangordnung gebracht werden können, in eine Reihenfolge. Die nächste Skala, das nächste Skalenniveau, ist die sogenannte Intervallskala. Intervallskala. Und da kommt jetzt dazu, dass die Abstände zwischen den einzelnen Skalenwerten gleich groß sind. Abstände zwischen den Skalenwerten sind gleich groß. Also, wenn ich zum Beispiel den Bildungsabschluss nehme, Hauptschule, Realschule, Gymnasialabschluss, Abitur, Studium, dann sind das zwar Kategorien, die ich in eine Rangordnung bringen kann, aber die haben ja nicht den gleichen inhaltlichen Abstand. Also, der Abstand von Hauptschulabschluss zu Realschulabschluss ist ja nicht inhaltlich, kompetenzmäßig oder so gleich groß wie der von Abitur zu Studium. Das sind ja unterschiedliche inhaltliche Abstände. Genauso beim Dienstgrad, also ich kenne mich jetzt mit Dienstgrad nicht aus, bei der Bundeswehr oder so, Oberfeldwebel, Unterfeldwebel, Admiral, keine Ahnung. Oder wenn wir bei den Trekkies sind, Ensinn, Leutnant, Commander, Captain. Der Abstand von Commander zu Captain ist wahrscheinlich nicht gleich groß wie der Abstand von Leutnant zu Commander, inhaltlich gesehen. Genauso bei den Schulnoten. Sehr gut, gut, befriedigend. Der Abstand von befriedigend bis gut ist ja nicht gleich groß inhaltlich, kompetenzmäßig wie von gut zu sehr gut. Da besteht auch oftmals ein Irrtum. Wenn man jetzt die Schulnoten ausdrückt in 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann kommen die Leute und sagen, ja, aber der Abstand ist zwischen 1 und 2 und zwischen 2 und 3 ist doch gleich groß. Das ist jeweils 1. Dann habe ich dann zwischen 5 und 6 auch gleich groß. Na ja, klar, zwischen den Namen der Kategorien, wenn ich da Zahlen wähle, dann ist der Abstand zwischen diesen Zahlen mitunter gleich groß. Das bedeutet aber nicht, dass der inhaltliche Abstand in den Kategorien gleich groß ist. Vielleicht muss ich bei einer 1 im Gegensatz zu einer 2 viel mehr leisten als bei einer Abstand zwischen der 3 und der 4. So, genau. Hey, ist erneut nicht, sagt ja auch, von Hauptschule bis Realschule reicht vielleicht 1 bis 2 Jahre und von Abitur zum Doktortitel 12 Jahre und so. So, genau. Und Flotschi Kelly, genau, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Und trotzdem rechnet man ein arithmetisches Mittel aus. Ja, ja, das darf man nämlich nicht. Da kommen wir gleich zu. Also, obwohl bei Schulnoten, wenn ich den Kategorien Namen gebe, ich sage nicht sehr gut, gut befriedigend, sondern 1, 2, 3, dann sind die Abstände zwischen 1 und 2 und 2 und 3 zwar bei den Zahlen gleich groß, aber das ist ja nichts, das ist ja nur eine Umbenennung gewesen, im Vergleich zu sehr gut, gut befriedigend. Und egal, wie ich die Noten nenne, der inhaltliche Abstand zwischen den Noten, also der Kompetenzzuwachs oder der Kompetenzunterschied bei den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel, der ist ja nicht inhaltlich gleich groß. So, also Schulnoten, also Intervallskale, genau, wir haben noch gar keine Beispiele für Intervallskalen. Wo sind denn die Abstände gleich groß? Habt ihr da Beispiele? Komm, sagt mal ein paar Beispiele. IQ-Punkte. Ja, genau, der IQ ist, meine ich, ein Intervallskaliertes Maß. Weitere Beispiele. Thermometer in Celsius, genau. Also, ich schreibe jetzt hier mal Celsius-Skala einfach hin. Längen- oder Breitengrade. Ja, das ist auch gut. Ich glaube auch, das ist auch eine Intervallskala, ne? Kurz nachdenken. Ja, ja. Gewicht? Hm, ja, ja. Gewicht, klar, also zwischen 1 Kilo und 2 Kilo in der Abstände zwischen 5 Kilo und 6 Kilo ist jeweils gleich groß. 1 Kilo inhaltlich echt gleich groß. Und das ist jeweils ein Sack Mehl oder so. Ein Mehl wiegt 500 Gramm? Ne, wiegt 1 Kilo, glaube ich, genau. Aber das ist sogar noch eine speziellere Skala. Genau Größe, also bei Längen, die ja zwischen Metern gemessen werden, sind auch die Abstände gleich groß zwischen einzelnen Skalenwerten. 1 Meter bis zu 2 Meter, der Abstand gleich groß wie bei 10 Meter zu 11 Meter oder so. Aber es kommt noch was dazu, nämlich, das ist der entscheidende Unterschied, zur Verhältnisskala. Eine Verhältnisskala, da gibt es Kategorien, die man ordnen kann und die Abstände der einzelnen Skalenwerte sind gleich groß. Und zusätzlich noch, der Wert 0 bedeutet nichts. Ja, der Wert 0 bedeutet inhaltlich nichts. Ich schreibe hier mal hin, natürlicher Nullpunkt. Also, inhaltlich bedeutet der Nullpunkt 0. Ich schreibe es nochmal anders hin, ich finde es anders besser, glaube ich. Also, Skalenwert 0 bedeutet nichts. Ja, und das ist bei Gewicht beispielsweise der Fall. Gewicht ist eine Intervallskala, aber sogar eine Verhältnisskala, denn 0 Kilogramm oder 0 Gramm bedeuten tatsächlich kein Gewicht. Ja, oder, was haben wir gehabt? Längen, also Größen, also Körpergröße war gemeint. Das ist, der Größenbereich heißt Länge, Längen. 0 Meter ist tatsächlich eine Länge, die eine Ausdehnung von nichts hat. Ja, Geld, genau, Geld zählt dazu. Null Euro ist tatsächlich, hat man nichts auf dem Konto. Und es wird hier gesagt, die Temperaturskala in Kelvin, genau. So, der Unterschied zwischen Grad Celsius und Kelvin ist nämlich, oder ein Unterschied ist, 0 Grad Celsius bedeuten nicht, keine Energie, keine Temperatur oder so. So, ja, der Nullpunkt bei Grad Celsius, 0 Grad Celsius ist willkürlich, nicht ganz willkürlich, sondern das ist halt der Punkt, an dem Wasser gefriert. So, aber das bedeutet nicht, dass da das in gefrorenem Wasser oder so, also bei minus 2 oder minus 3 Grad oder so, ich muss anders sagen, dass bei 0 Grad Celsius ist trotzdem Energie im System. Ja, während bei 0 Kelvin, das ist der absolute Nullpunkt, ja, da bewegen sich keine Teilchen mehr. Da ist wirklich absolut Sense, so, ne. Und genau deswegen kann man auch erst ab der Verhältnisskala die Skalenwerte ins Verhältnis setzen. Das wurde vorhin auch mal geschrieben, das kann zum Beispiel nicht sein, bei Grad Celsius, der Intervallskala, 20 Grad Celsius ist doppelt so warm wie 10 Grad Celsius. Mancher ist vielleicht da geneigt, das zu machen, aber das ist falsch, das kann man nicht machen, ne. 20 Grad Celsius ist nicht doppelt so warm wie 10 Grad Celsius. Aber 20 Kelvin ist schon doppelt so warm oder doppelt so hohe Temperatur wie 10 Kelvin. Genau, zeitliche Dauer ist auch eine Verhältnisskala, ne. 0 Minuten oder 0 Stunden ist einfach tatsächlich keine Zeit vergangen. Und da kann ich auch sagen, 20 Minuten ist doppelt so lang wie 10 Minuten. Also Zeit dauern. Oder Zeit spannen. Ja. Und jetzt gibt es noch einen Skalenwert, eine Skala, die wir noch nicht haben. Das ist sozusagen die speziellste. Das ist die sogenannte Absolutskala. Das ist eine Verhältnisskala und jetzt bedeutet aber auch der Skalenwert, die Skaleneinheit bedeutet inhaltlich 1. Die Einheit bedeutet 1. Die Einheit ist nicht willkürlich gewählt. Also bei Längen zum Beispiel. Meter, das ist willkürlich gewählt. Ich könnte auch in Fuß oder Inch oder sowas messen. Oder bei Geld, die Einheit ist willkürlich gewählt. Euro oder, keine Ahnung, Schweizer Franken oder US-Dollar und so weiter. Sehr schön, gegoogeltes Beispiel Fachsemester. Genau, also Fachsemester. Das, da bedeutet tatsächlich 1 auch 1. Also die Einheit ist ein Fachsemester. In der Regel, die Absolutskalen greifen bei Anzahlen, Anzahl Fachsemester zum Beispiel, Mengenangaben in Stück. Genau, also Anzahl, Anzahlen schreibe ich mal ganz allgemein hier hin, Anzahl Äpfel oder so. 1, 2, 3, 4, 5 Äpfel. Wenn man angenommen, man hätte diese Skala. Wie viele Äpfel hast du heute gegessen oder gekauft? Keine Ahnung. Das ist eine Nominalskala. Auf der untersten Basis sowieso unterschiedliche Kategorien. 1, 2, 3, 4, 5. Die kann man in eine Rangfolge bringen. Ordinal. Also sogar eine Ordinalskala. Es ist sogar eine Intervallskala, weil die Abstände zwischen 1 und 2 und 2 und 3 und 4 und 5 und so weiter gleich groß sind. Es ist sogar eine Verhältnisskala, weil 0 Äpfel wirklich inhaltlich kein Apfel bedeutet. Und es ist eine Absolutskala, weil auch ein Apfel, 1, 2, 3 auf der Skala tatsächlich inhaltlich vorgegeben ist von 1 Apfel, 1 Apfel, 1 weiterer Apfel und noch 1 Apfel. Gut. Das sind die Skalen. Und jetzt kommen wir vielleicht noch zu einer Überlegung. Wie kann man denn hier jetzt eigentlich rechnen in diesen Skalen? Was darf man da tun? Und ich möchte es mal am Beispiel des Mittelwerts mit euch diskutieren. Nämlich viele, oftmals will man so Mittelwerte berechnen. Wenn man so, keine Ahnung, Untersuchungen macht, Fragebogen, Befragungen oder so, möchte man oftmals Mittelwerte berechnen. Und da wird oftmals das arithmetische Mittel berechnet. Und das Problem ist aber, das lassen nicht alle Skalen zu. Okay? Also gehen wir mal zur Nominalskala. Bei der Nominalskala, da kann ich ja keinen Mittelwert berechnen. Habe ich aber auch schon mal erlebt. Könnt ihr euch vorstellen, auf dem Fragebogen wird, kreuzt du dein Geschlecht an, männlich oder weiblich? Damals hat man noch die Vers nicht mitgenommen, also männlich oder weiblich. Und dann wurde das in, keine Ahnung, Excel kodiert als männlich 0 und weiblich 1 oder so. Wurde man eingegeben, 0, 0, 0 bei männlich und 1, 1, 1, 1 bei weiblich. Und dann kam raus, die Stichprobe hatte ein mittleres Geschlecht von 0,65. Das ist natürlich Quatsch. Ich kann ja keinen Mittelwert berechnen bei Nominalskalen. Oder was ist denn der Mittelwert bei Geburtsorten? Wenn einer in München geboren ist, einer in Hamburg und einer in Berlin. Was ist denn das arithmetische Mittel? Da weiß ich ja gar nicht, was ich ausrechnen soll. Kann ich auch gar nicht, weil Nominalskala bedeutet ja nur, es gibt nur Kategorien, aber die stehen in keinerlei Verhältnis zueinander oder so. Sie sind halt disjunkt, das heißt, sie überschneiden sich nicht. Aber ansonsten gibt es da keinen Bezug. Insofern darf ich da nicht das arithmetische Mittel berechnen. Was ich aber berechnen darf, ist Häufigkeiten. Also absolute Häufigkeiten oder relative Häufigkeiten. 70% der Befragten sind männlich, 30% sind weiblich. Oder 15% der Befragten sind in München geboren, 12% in Hamburg und so weiter. Absolute Häufigkeiten, das waren jetzt relative Häufigkeiten, absolute Häufigkeiten. Wie oft sind Männer beim Gynäkologen, 0%. Weiß nicht, ob man die vielleicht auch seine Frau mal hin begleitet. Was man aber bestimmen kann, ist dann das Kategorie oder den Skalenwert, der am häufigsten genannt wurde. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal 70% männlich, 20% weiblich, 10% divers. Dann wurde am häufigsten männlich angekreuzt in dem Fragebogen. Und dann, das nennt man, dann ist männlich der sogenannte Modus. Man gibt den Modus an. Manchmal sagt man auch Modalwert dazu. Ja, Modalwert, genau. Modus oder Modalwert. Ich kenne das als Modalwert, genau. Kann man beides sagen. Ich habe es gerade sicherheitshalber nochmal gegoogelt. Ich habe hier nebenbei noch einen anderen Laptop, da kann ich parallel immer ein bisschen googlen. Okay. Ja, bei der Ordinalskala kann ich natürlich auch den Modus angeben. Jede Ordinalskala ist letztlich auch eine Nominalskala. Das heißt, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, Schulnoten erfasse, dann kann man natürlich auch sagen, ich weiß erst mal Häufigkeiten bestimmen, 17% haben eine 1, 30% haben eine 2 und so weiter. Und dann kann ich auch den Modus bestimmen, sagen, den Modalwert, der ist zum Beispiel 2, wenn die meisten SchülerInnen eine 2 geschrieben haben. Was ich aber nicht machen darf, ist das arithmetische Mittelberechnen. Ich sage auch gleich warum. Ich darf aber den Median bestimmen. Den Median. Ich glaube, es gibt noch den Begriff Zentralwert. Ja, genau, manche sagen auch Zentralwert. Hoppala. Median oder Zentralwert. Ich zeige euch mal kurz, was das ist. Angenommen, ihr habt, bleiben wir mal bei Schulnoten zum Beispiel. Ihr habt eine Klasse bestehend aus 7 SchülerInnen. Machen wir mal einen kleinen Datensatz. Ihr habt folgende Noten geschrieben. 1, 5, 2, 4 und vielleicht noch eine 2 oder noch eine 5. So, okay. 1, 5, 2, 4, 5. Was habe ich gesagt? 5 oder 7 Schüler? 7 habe ich gesagt. Dann vielleicht hat einer noch eine 1 geschrieben. Und einer eine 3. So, das sind die Noten, die rausgekommen sind. Wenn ich den Median bestimmen will, dann nehme ich, dann bringe ich erstmal alle Werte in ihre Reihenfolge. Ich sortiere die Daten. Oder ich ordne die Daten. Das kann ich ja machen. Bei einer Ordinalskala gibt es ja eine Rangordnung. Also kann ich die Daten in die entsprechende Ordnung bringen. Also 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5. So, das sind jetzt die geordneten Daten. Und der Median ist jetzt einfach der Wert in der Mitte. Also dieser hier. In dieser Reihung, in dieser geordneten Datenreihe ist das der Wert in der Mitte. Das ist der Median. Das kann ich machen. Die Daten lassen sich ordnen. Also kann ich die Median bestimmen. Man kann da noch so Sachen machen wie Boxplots und so und Quartile und so. Da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Da können wir uns vielleicht noch in einem anderen Video nochmal mit befassen. Aber hier sieht man schon, das geht auf jeden Fall mit der Ordinalskala. Ich darf aber nicht das arithmetische Mittel bestimmen. Das darf ich erst ab der Intervallskala. Denn eine Voraussetzung für das arithmetische Mittel ist, dass die einzelnen Skalenwerte inhaltlich den gleichen Abstand haben. Ich mache euch das mal bei Noten klar. Also angenommen. Angenommen. Und zwar skizziere ich jetzt mal die Noten tatsächlich auf einer Skala hinsichtlich der tatsächlichen Kompetenzunterschiede. Das ist natürlich ein fiktives Beispiel. Aber ich probiere das jetzt mal hier entsprechend deutlich zu machen. Also hier oben hat jemand eine 1 geschrieben. Und vielleicht gibt es ab hier die 2. Und ab da die 3. Und ab hier die 4. Keine Ahnung. Und so weiter. Also die Skalenabstände zwischen den einzelnen Noten sind inhaltlich nicht gleich groß. Weil es vielleicht ein viel größerer Aufwand ist, von einer 2 auf einer 1 zu kommen, als von einer 3 auf einer 2. Angenommen, ich habe jetzt zwei SchülerInnen in der Klasse. Okay, wir machen ein einfaches Beispiel, damit wir uns klar werden, wo liegt das Problem. Wir haben zwei SchülerInnen in einer Klasse. Und der eine, die eine schreibt eine 1. Und die andere hat eine 3 geschrieben. Es gibt also zwei Noten in der Klassenarbeit, eine 1 und eine 3. Wenn ich jetzt das arithmetische Mittel bestimme, dann muss ich auch Folgendes machen. 1 plus 3 durch 2. Also das arithmetische Mittel von 1 und 3 ist 2. Das heißt, wenn ich jetzt das arithmetische Mittel bestimme, würde ich, wenn einer eine 1 geschrieben hat und der andere eine 3, würde ich bei 2 rauskommen. Obwohl das arithmetische Mittel nicht hier liegt, sondern hier eigentlich, also in der Mitte zwischen 1 und 3. Ungefähr hier. Ich würde also einen Wert herausbekommen, der nicht in der Mitte liegt, weil die Abstände zwischen den einzelnen Skalenwerten nicht gleich groß sind. Mitte hat ja dann keine Bedeutung, wenn die unterschiedlich groß sind und ich addiere die einfach und mittel die, dann kommt ein Wert raus, der aber vielleicht gar nicht in der Mitte der ursprünglichen Werte liegt. Also, ich kann kein arithmetisches Mittel bestimmen. Und da wundert man sich, warum, warum wird trotzdem überall gemittelt mit dem arithmetischen Mittel, wenn es um Schulnoten geht oder sonstige Noten. Das ist eigentlich falsch. Messtheoretisch ein grober Fehler. Was man aber machen könnte, der Median. Könnte der Median bestimmen. Das hätte aber bei Schulnoten natürlich interessante Effekte. Also angenommen, es gibt drei Klassenarbeiten und jemand kriegt dann am Ende eine Note aus diesen drei Klassenarbeiten. Und wenn ich jetzt die Median nehme und jemand hat eine 1 geschrieben, eine 1, eine 2 und eine 6, dann würde er eine 2 kriegen, wenn ich hier Median nehmen würde. Nicht das arithmetische Mittel. Beim arithmetischen Mittel hätte er eine 3. 1 plus 2 plus 6 gibt 9, durch 3 ist 3. Arithmetische Mittel wäre eine 3, würde aber eine 2 bekommen im Zeugnis. Und das wäre ja vielleicht auch sogar ein bisschen gerechter. Denn der Schüler scheint ja gar nicht so schlecht zu sein mit 1 und 2. 6 scheint ein schlechter Tag gewesen zu sein, ein Ausreißer. Und der Median ist stabil gegen Ausreißer. Das heißt, vielleicht würde man diesem Schüler dann auch eher gerecht werden, wenn er dann eine 2 kriegen würde und keine 3. Okay, also müsste man wirklich mal darüber nachdenken. Warum macht man keine Mediane? Daran bestimmt man nicht den Median, sondern das arithmetische Mittel. Machen Sie das denn selbst nach einer Klausur den Notendurchschnitt veröffentlichen? Nein, also bei meiner Klausur veröffentliche ich nicht den Notendurchschnitt. Und ich habe auch nur eine Klausur, das heißt, ich brauche keinen Mittelwert bestimmen. Das Blöde ist aber, dass tatsächlich in Prüfungsordnungen und so weiter, also wenn zum Beispiel an Hochschulen oder so, in Studiengängen so, der ist ja vorgeschrieben in der Prüfungsordnung, wie das Endergebnis zustande kommt. Und da steht meist drin, das arithmetische Mittel wird genommen. Und dann muss man das nehmen, weil das steht in der Prüfungsordnung drin. Das ist sozusagen aus rechtlicher Sicht die korrekte Verfahrensweise, weil es in einer Ordnung so festgelegt ist, im Gesetzesdokument so festgelegt, aber mathematisch eigentlich nicht korrekt. Boxplots, genau. Wir können auch mal ein Video über Boxplots machen. Das ist auch ein schönes grafisches Tool, mit dem man ordinal skalierte, Entschuldigung, nee doch, ordinal skalierte Variablen sehr schön visualisieren kann, Verteilungen von Werten. Ja, der Vollständigkeit halber kann man auch sagen, ab der Verhältnisskala kann man das geometrische Mittel bestimmen. Brauchen wir jetzt aber vielleicht nicht noch näher darauf eingehen. Ja, soviel zum Thema Skalenniveaus. Also immer schön aufpassen, wenn ihr eine Umfrage macht, eine Befragung, immer drauf schauen, welches Skalenniveau hat denn meine Variable, die ich hier hebe. Und dann, wenn man denkt, das ist ja eigentlich nur ordinal skaliert und nicht intervall skaliert, dann so mutig sein und den Media nehmen und nicht das arithmetische Mittel berechnen. Und was man damit macht, ist, man demonstriert, dass man sich mit Skalenniveaus auskennt und seine statistischen Auswertungsverfahren bewusst wählt. Und dann, wenn man denkt, das ist ja natürlich für ein paar Seiten, dass man sich mit Skalenniveaus attestet hat. Und dann, wenn man sagt, das ist ja eigentlich nur los, dass man mit Skalenniveaus oder auch mit Sätenverhaltung kommt, dass man sich mit Spalenniveaus auskenntniveaus. Und dann, wenn man sagt, das ist ja eigentlich nur das Problem. Vielen Dank.